Ich bin jetzt zwiefach gewummst. Du! Wo ist es? Hast du mal einen Wumms für mich? Na klar! Hast du auch mal einen Doppelwumms für mich? Ja. Hast du auch einen Doppelwumms für mich? Ja, von mir aus. Hast du vielleicht auch noch einen Quattrowumms für mich? Jetzt hast du noch dazu auch noch einen atmenden Deckel. Ist dir so recht, du Armerwicht? Ich brauche dich doch. Ich habe was für dich. Einen Waschlappen. Gemein! Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020